Ich mach mir die Welt, wie die, wie die, wie sie mir gefällt. Ja, Pipi Langstrumpf finde ich immer noch ziemlich gut. Die kann Sachen, die lernt ihr hier nicht. Ich kann euch nicht beibringen, wie man eine Tür in die Luft stemmt, mit dem Pferd und allen besten Freundinnen und Freunden darauf. Aber vielleicht kann ich euch Lust machen und Mut, ein paar Einmischungen zu probieren, die in unserer Gesellschaft wirklich etwas verändern. Ich bin Jutta Sundermann. Ich mache seit über 30 Jahren Kampagnen für Umweltschutz, für Klimagerechtigkeit, für Menschenrechte, eine Agrar- und Ernährungswende oder faire Spielregeln für Konzerne. Kampagnenarbeit, das ist ein komplexes Ding und ich möchte euch einladen, sieben Module auszuprobieren, in sieben Schritten zu lernen, wie verstehe ich ein Umfeld so, dass ich mich einmischen kann, wie entwickle ich die richtigen Ziele und Strategien für eine Kampagne, welche Aktionen und Maßnahmen sind dann die, die zum Ziel führen und was hat es mit einem Kampagnen-Cast auf sich? Kommt mit in diesen Selbstlernkurs. Ich glaube, es gibt einiges mitzunehmen. Und ein bisschen Pipi-Langstrumpf-Zauber ist vielleicht auch dabei. Zumindest mir geht es so, ich kann gar nicht mehr lassen von Kampagnen und solchen Einmischungen. Ich freue mich auf euch und hoffe, ihr folgt mir in diesen Kurs hinein.